Mein Vater wird sich sehr freuen, dass Sie gekommen sind. Sehr liebenswürdig. Aber Herr Unterleitner sagte mir, Ihr Vater weiß noch gar nicht, dass ich hier bin. Ich wollte eigentlich was essen. Sehen Sie, das gefällt mir. Ich hab das gern, wenn jemand so offen und frei heraus sagt, was er sich denkt. Ich werde gleich etwas bestellen. Bitte, machen Sie auch keine Umstände. Oh, die macht sich nur, Herr Unterleitner. Was, nein, bitte, bitte, ich habe, lassen Sie doch bitte, ich habe auch keinen Appetit. Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie... Naja, das war von mir. War ein Spaß. Ach so. Ja, das ist ein kleiner Spaß. Ich möchte ja jetzt gehen. Aber Sie sollen doch warten. Bitte? Mein Vater muss ja jeden Augenblick kommen. Ja, das ist ja eben... Wie bitte? Was? Nein, das war von mir noch so nix. Können wir uns doch wieder setzen. Oh, bitte sehr. Bitte. Klavier. Ein bösen Dorf, da? Nee. So, ja, das ist mehr ein Flügel. Spielen Sie Klavier? Bitte? Ach, ich? Nein. Sie? Ja, ein bisschen. Wollen Sie ein bisschen spielen? Gerne, wenn Sie uns verglücklich machen. Ach, würde mir sehr passen. Was wollen Sie denn hören? Ach, was Sie wollen. Ein bisschen was Lustiges. Laut. Vielleicht singen Sie etwas. Wenn die süße Geige wispert, hätte ich die Hände zugeflüstert. Oh, oh, oh. Wenn die Keller schließen müssen, würde ich dich gern draußen küssen. So, so, so. Aber leider, leider geht es nicht. Eine strenge Dame, die versteht es nicht. Wenn ich deine Augen fragen kann, ich dir nur eine sage. Oh, oh. Ich hätte so gerne an dich geglaubt, doch meine Mutti hat es leider nicht erlaubt. Ich hätte so gerne für dich geschwärmt, doch meine Mutti hat sich nicht dafür erlaubt. Ich hätte so gerne mit dir gelacht. Ich hätte so gerne an dich geglaubt, doch meine Mutti hat es leider nicht erlaubt, doch meine Mutti hat es leider nicht erlaubt. Es wäre so herzlich, ich sage es ehrlich, wenn ich spazieren könnte mit dir bis morgen früh. Was soll ich machen für solche Sachen? Hat meine Mutti leider keine Sympathie. Ich hätte so gerne an dich geglaubt, doch meine Mutti hat es leider nicht erlaubt. Sie hat mich so nicht und überhaupt. Ja, was machen Sie denn da oben? Oh, ich habe nur mal gehört, wie es klingt von hier oben. Hübsch, aber ich komme schon runter.